Hallöchen Leute hier bin ich wieder, der Sarius und glaube ich 24. Part jetzt, oder 25, ich weiß es nicht genau und wir sind immer noch in der freien Wildbahn und suchen und so zu Hause nein so nicht wirklich versuchen oder hinzukommen und ich sehe gerade ich habe mir keine Werkbank mitgenommen also muss ich wohl oder über dahin laufen was ein sehr krasser Umweg ist weil ich könnte einfach eine Abkürzung nehmen über das Wasser aber ich habe natürlich nichts mitgenommen also muss ich jetzt wohl oder übel das ganze Land durchstreifen um zu mir nach Hause zu kommen du 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 achte tummeln sich schon die Zombies und Creeper und ist ja eine nice Hühle ich sehe so seht ihr die? platt hier doggie guck mal guck mal hier 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 da ist es meins dein Hähnchen braucht auch etwas zu essen auch wenn es nur rohes Rinderfleisch ist ah jetzt entdecke ich auch die Mitte aber zu weit wollen wir uns nicht in die Mitte begeben ach du kackerspinne spring hähnchen hähnchen war er nach Hause finden jetzt haben wir uns geht's auf verkackt hey oh man schon wieder verkackt Herr Zuckerrohr. Weil wir können jetzt nicht jedes Zuckerrohr mitnehmen, wir haben eh genug. Da wette ich mit euch. Wir haben noch unsere eigene Zuckerrohr-Farm. Uns fehlt es eher an Leder. Und denke ich mal. Aber ich weiß gar nicht, ich habe schon ziemlich viele Bücher zusammen. Deswegen... Oh, da vorne ist mein Haus. Yay. Okay, gut, ich lasse dich mal am Leben, weil du so nah bei meinem Haus bist. Und ich weiß nicht, wie viele andere Kühe ich auch habe, weil die Porten sich ja mal weg, die Blöden. Oder sprechen aus, klitschen sich durch den Zahn. Äh, ja, das ist ein bisschen doof, aber naja, was soll man machen? So, ihr blöd Zombies, ihr haltet schön Abstand. Ach, Zombies ja, wenn es ein Zombies wären, die würde ich Eisgeld kaputt machen. Aber das ist ja Creeper. Keinem Buch mehr. Bis dann. Das baut alle weg. Verschwindet. Creeper spawnet ja leider nicht weg. Gar nichts spawnet weg, oder? Gar nix. So, du brätst jetzt erstmal schön. Ha! Steht da eine Hexe? Das haut rein. Komm, die meine ich jetzt tot. Hey, Hexe! Hey! Hexe! Hey, Creeper! Wir sterben. Oh, mein Doggy. Mach mir lieber sitzen. Hey! Was bewusste mich hier, du. Drecks, denn du. Hab ich dich getkilled. Ganz mir gar nichts. Was hab ich aufgesammelt? Ach, du Scheiße! Das war knapp. He, du hast von meinen Länderschaft zerstört. Schlauch. So ein Pisser. Was hab ich drauf? Oh, Langsamkeit. Mutal. Die Portalex hat mir Langsamkeit verpasst. Das wächst. Da wächst Gras drüber. Weil die Sache wächst Gras. So. Wir werden jetzt erstmal... Och, Mann. Wir werden jetzt erstmal anpflanzen. Und zuerst packen wir erstmal die ganze Rotze hier rein. Alles, was wir nicht brauchen. Sogar brauchen wir. Brauchen nicht das... Ah, ich hatte doch einen Axtball. Naja, egal. Brauchen tun wir. Das. So, dann machen wir mal. Ach komm, was soll der Geiz? Ich mach mal jetzt ein kleines Feld. Und dann... Hab ich noch Weizen. Ja, Weizen hab ich dabei. Yes, yes, yes. Na, ihr Kühe? Von Backen, die einen ist um den Boden. Erstmal kriegt ihr beide was. Da kriegt ihr beide was. Da kriegst du was. Und kriegst du was. Und warum ist hier ein Loch? Könnt ihr mir das erklären? Nein, natürlich könnt ihr mir das nicht erklären. Und so ist es wohl groß genug für euch, ja? Rollt mal jetzt hier nicht rum. Haben wir einen Eimer? Oh yeah, wir haben sogar einen Eimer. Nice. Nice, nice. So, warte, wir können erst mal das Zuckerrohr nehmen. Gegen die Karte dauschen. Und hier muss man pflanzen. Entlang unseres Weges. Ja, verpiss dich, Pilz. Das ist keine Rechte. Keine Rechte für Pilze. So, das sollte reichen. Fette Zuckerrohrfarm. Ich muss jetzt einfach nur auf keinen Tag rumstehen und dann werde ich richtig reich an Zuckerrohr. Wachst, meine Zuckerrohrlinen. Ich glaube an euch, dass ihr es schaffen könnt, die dürre Zeit zu überstehen. Alter, Vater. Das nenne ich mal eine Zuckerrohrfarm, oder? Das ist eine Zuckerrohrfarm. Ähm, ich wollte gar nicht ins Haus rein. Ich wollte etwas Kleines bauen, und zwar... Genau. Ja, ich habe jetzt keinen richtigen Plan. Das ist ein bisschen ein Problem. Helps das. Leben. Aha. Leben, also. Gut. Und hier nochmal. Du. Du machst mit dich. 3, ne? 3 hat das Platz. Nein, die wollen wir nicht. Oh, ich will doch hier gar nicht. Manu. Komm, Blume. Blumen sind richtig kacke. Die kann man nicht einfach umhäckseln. Die muss man wie einen richtigen Block zerstören. Widerspenstig. Die kleinen Kakis. So, hier sind Möhren. Ich weiß, es ist sehr provisorisch, das Feld, aber... Ja, ich baue noch ein richtiges Feld. Ich baue... Ich habe mir nämlich überlegt, ich baue kein einfaches Feld, ich baue eine Erntemaschine. Aber das wollte ich erst machen, wenn ich ein bisschen weiter bin. Das könnte ich eigentlich im nächsten Mal machen. An der Erntemaschine bauen. Ja, das könnte ich mir machen. So lange wie ich noch keiner habe. Normale Felder tun sie auch. Oh, ich baue noch. Getopfung, getopfung. Wachst, meine Freunde, wachst. Ihr sollt alle wachsen. Okay. Ich würde sagen, ich brauche es noch Bücher. Und, ähm... Regale. Und, damit nicht die Part. Oh, sollen wir denn hier... Das brauchen wir. Und das röstliche Zuckerrohr. Bleiben wir keine Männer. Einmal noch Holz. Holz brauchen wir auch für Bücherregale. Ein bisschen Holz. Was soll's? Was soll's? Wir machen Holz. Lalalalalala. Okay, lassen wir das. Bücher, 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 Bücher. Regal, 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 Regal. Was fehlt mir? Mir fehlt ein Holz. Ey, wirklich? Da, Dach fehlt es mir ein Holz. Immer noch ein bisschen Dschungelholz, was keiner braucht. Ähm, dann brauchen wir hier. Bücher, 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 Regal, Bücher, Regal, Bücher, Regal. Äh, vierzehne mir schon. Eins können wir noch, oder? Gib mir. Ja, komm, dann gib. So, das sollte aber reichen jetzt. Wenn das jetzt nicht reicht, ey. Dann fressen ich den Besen. Horst hat gereicht. Ich hatte so Angst, den Besen fressen zu müssen. Ey, Leute, ich glaub's nicht. Nein, Spaß, aber. Achso, was ich noch machen wollte. Dieses Fleisch rausnehmen. Dieses Fleisch rein tun. Yo. Und einmal schon eine Türen schließen. Und niemals mit Bücher, Regalen rumrennen und irgendwas zu machen wollen. Wenn wir die einmal setzt, dann sitzen die für immer. So wird sein. Okay, dann gucken wir mal, was schon mal schauen, ob wir können. Na, ihr find? Okay, wir müssen jetzt mal gucken, ob wir das Ding hier entstürmen. Ich bin da für den Dachboden. Das machen wir auch, ob ich weiß nicht, wo ich hochkommen soll. Ich hatte eine Idee, mal das. Hier so ein bisschen was, was so aus Holz wird. Was ich so was meine Truhe nehme, wo ganz drin ist. Ja, super, der hat sich voll vorbereitet. Boom. Dann mach ich so. Hey, und dann ist hier um so ein Loch in der Decke. Dann kann man das so rausgehen. Yo. Oh, man. Musst du nerven? Schaffst du so einen krassen Rüstung, Alter, was ist los bei dir? Krieg davon was? Oder ist es nur deine? Das ist nur deine. Toll. Ich muss mir auch was abgeben können. Jot. Ne, im Ernst. Ich brauch das. Oh, mein Part ist voll überzogen. Aber ich möchte das ja noch machen. Ich möchte doch was verzaubern auf Level. Whatever ich verzaubern kann. Flick, ich will schon Level 30. Das wäre ja super. Ich muss nur überlegen, wo ich die ganze Scheiße hinstellen kann, weil ich kann das nicht mehr abbauen. Also wir haben eine Behutsamkeits-Axt. Hier. Das wird mein Zaubertisch-Raum. Das wird mein CPG-Stand aufiov Living. Daher kommt dann. Okay, dann kommen hier die Regale. Gad, Gad, Gad. Gad, Gad! Gad, 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 Gad. Gad, Gad, Gad. Gad, 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 Gad. Gad, 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 Gad. Gad, Gad Gad. Gad, Gad, Gad. egal Regal Rieck er hat die Bestimmung setzten 28 er von 1 ich bin 30 ob es die Lärmste oder die Kinder als die Zolle das hatte ich vorgereicht ich kann aber das ist am Ende der Unternehmenswahl wieder wenn ich mit das bin und dann bei euch an der Schmittag auf 30 ich kriege Glück draus und dann auf die Maschensuche hat ganz viel Geld Jürgen also auch ein bis zum nächsten Mal tschüss